Der Countdown läuft, 11 Minuten, habe ich gerade gehört. Hallo Herr Röschke, auch dieses Jahr wieder Opernball in Nürnberg. Es glänzt und alle freuen sich drauf. Sie strahlen auch. Was dürfen wir denn erwarten? Ja, die Menschen dürfen viel Tolles und auch Neues erwarten, aber natürlich auch altbewährtes. Also das tolle All-Inclusive-Konzept, hier erstmal den Gang über den roten Teppich, ein bisschen Glamour, ein bisschen Blitzlicht, tolles Essen, tolle Gespräche, tolle Stars natürlich, unsere tolle Big Band, unsere Topstars und so weiter. Also es ist so vollgepackt, ich kann nichts Einzelnes herauspicken. Einfach dieser besondere Abend. Ja, ich freue mich auch drauf, weil hier wird auch schon ein bisschen Stimmung gemacht am Platz, auch in diesem Jahr wieder was Kostenfreies auch dabei. Ganz genau, unser Opern-Airfest, dieses Jahr mit der Konsersbank unterstützt, sind wir ganz dankbar, dass sie uns helfen. Mit unserer Chris Gantelman Group, die wir normalerweise beim Ball der Unternehmer spielen lassen oder die wir dort gewinnen können. Also wir sind ganz glücklich. Es sind viele Leute da, die auch die Promis, die jetzt hier gleich über den roten Teppich laufen, bewundern möchten und feiern da außen mit. Und das Wichtige ist, alles was außen konsumiert wird oder umgesetzt wird, kommt ja mit in die große Spende. Im letzten Jahr haben wir ja 30.000 Euro hier für soziale Einrichtungen spenden können. Wir sind da ganz dankbar und so kann es weitergehen. Ja, also wir freuen uns alle drauf. Auf einen schönen Abend hier beim Opernball in Nürnberg. Das war's für heute.